In der WG der drei Windmühlen ist die Sauberkeit ein bisschen in Vergessenheit geraten. Der vierte WG-Mitbewohner Mathurin kann nicht mehr. Nachdem er mehrfach in die Äpfel gefallen ist, hat er sich für den Besuch eines Javel-Camps zurückgezogen, um seine Seele zu reinigen. Der vierte WG-Mitbewohner Mathurin kann nicht mehrfach in der Zwischenzeit. Soit ich nehme meine Klicke und klicke, so es verändert. Und nicht nur ein für den anderen, aber nicht nur ein! So, in drei Jahren, ich versuche Firmin, den großen Droiden des Cachemires. Ein, zwei, drei! Potion de propreté, potion de propreté. Schizophrénie, c'est pas ça. Jambes lourdes non plus. Propreté! Propreté... Ah! Nettoyage de colocation numéro 47. Halle... Kania Teola! Kanui leste palete kelaute na otisa! Sinae! 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 Solche程 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!